Hallo Leute, einen wunderschönen guten Tagstag. Wir sind heute unterwegs nach Mainz zum Lukasmarkt. Mit dabei ist wieder Marcel. Hi. So, diesmal habe ich die Kamera. Vielleicht merkt man das mal wieder. Sorry. Und wir fahren heute mal nach Mainz. Zum Lukasmarkt. Für mich ist das heute auch. Wir haben heute Sonntag. Er tut das Video erst am Mittwoch hochladen. Das heißt, bald ist für mich schon wieder Wochenende. Aber für euch oder für mich ist ab heute wieder Schule. Ab morgen wieder Schule. Schade. Leider. Ja, erstes Lebens geht es wieder los. So, was hast du denn? Ich finde es schade, weil es war schön, unterwegs zu sein. Wäre auch schön, wenn die anderen mal wieder mitkämen. Dein Bruder Björn oder so. Oder der Andreas. Dein anderer Bruder, genau. Wäre schön, wenn die mal wieder mitkommen würden. Wäre sehr schön. Wir sehen uns gleich. Bis gleich. Wir sehen uns gleich. Ja, und Marcel sitzt mal wieder im Auto. Nee, nee, nee. Wird mal Zeit, dass der den Führerschein macht, gell? Ja. Ja. Mach ja die Handbremse nicht los, dann geht's ab. Dann roll das Ding bis Main unten hin. Ich will auf die Bremse. So Leute, wir sind jetzt in Main angekommen. Ja, und je nachdem, vor uns, besser gesagt, stehen schon unsere Reisebusse für das entfernte Main. So weit ist das gerade nicht, vielleicht fahren wir zehn Minuten. Mal gucken, ob das was kostet, ich glaube auch nicht. Und dann geht's zum Lukasmarkt. So, wir sind jetzt im Bus und alleine nur die Busfahrt kostet drei Euro. Aber es ist dann auch schon hin und zurück. So, wir sind jetzt im Busfahrt kostet drei Euro. So, wir sind jetzt im Busfahrt kostet drei Euro. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. So Leute, wir sind hier gerade am Lukasmarkt. Ich hoffe, die Aufnahmen machen sich vor allem. Marcel guckt gerade, ob der Ton an ist. Das ist schon mal sehr gut. Ich will kommen ja nicht hier flogen, wie die Musikrechte. Das ist nur wieder Standard. Aber die fällt uns ganz gut hier. Ja, und jetzt müssen wir auch so ein bisschen schneller nach Hause, weil wir haben gleich 19 Uhr. Ja, ich war Pilz essen, hat sehr geil geschmeckt. Er hat chinesische Nudeln nicht gegessen, hat sehr gut geschmeckt. Ich glaube, das ist eine Aussage. Jetzt will er mich abhalten davon, dass ich noch ein paar Mandeln kaufe. Ja, weil gebrannte Mandeln schmecken mir sehr gut. Moin. Moin. Mal gucken, ob ich welche finde. Der Marcel will mich ein bisschen abhalten davon. Ich weiß nicht warum. Ich will es suchen. Ich habe da sofort Bock drauf. Da bin ich so süchtig. Ich kriege das hin. Wenn wir mal ein Postfach haben, schickt gebrannte Mandeln. Das wird mega geil. Aber ich werde runter. Ich kann mal aufgefangen. Ich kann mal aufgefangen. So Leute, das war es mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt einen Daumen nach oben. Abonniert uns beide. Bis im nächsten Video. Das hat er jetzt in den nächsten paar Videos. Ich hatte kein Heyho Leute. Na, geht's euch. Oder gebt einen Daumen nach oben. Abonniert uns beide und schaut. Das hat er leider nicht mehr. Da würde ich Ihnen viel Spaß machen. Achso, ja genau. Ja genau. Weil ich habe so gesehen, dass wieder eine Woche braucht. Ja, in dem anderen Video habt ihr es ja schon gehört. Dann ist ja der selbe Tag noch von einem anderen Video, wo wir an der Mosel waren. Bisschen kompliziert, aber egal. Auf jeden Fall geht er wieder in die Schule. Ja. Was sehr wichtig ist, damit ihr was lernt. Deswegen, gebt einen Daumen nach oben, abonniert uns beide und das hört ihr zum letzten Mal für euch jetzt. Schade eigentlich. Auf diesem Kanal. Hey ho Leute. Und das, äh, gebt einen Daumen nach oben, abonniert uns beide und tschau. Jetzt wird es wieder ruhiger. Hallo, was Spaß gemacht. Wir haben in zwei Tagen viel erlebt. Muss ich erst sagen, wir waren viel rund. Wir waren viel rund. Zu viel. Aber hast du ihn, waren wir wieder frei. Ich habe irgendwann nochmal wieder frei. Dann machen wir wieder zusammen Videos. Ab nächste Woche oder? Dann könnte ich ja mal besuchen kommen. Was? Bei dir daheim. Schon geschockt. Ach, Simon. Wir gucken nochmal. Nächste Woche hast du ja wieder Arbeit. Ja, dann bin ich wieder am Start. Dann bin ich wieder außer Gefecht. Wir treffen uns dann nie mehr irgendwie. Wieder zu Hause. Habe ich das Gefühl. Aber es kommt die Zeit. Nur noch am Samstag treffen wir uns dann Stadion, Fußball. Wieder ganz normal Alltag. Und, ähm, und dann Sonntag ist für dich schlafen und für mich filmen. Lange ist das. Ja, das ist halt der Alter. Was will man da machen? Ach, Simon, kriege ich ab Sonntag deine Cam? Die Große oder die Kleine? Die Große. Die Große. Die Große kann ich nicht. Wofür willst du die denn? Die Feuerwerkaufnahme. Ja, die kann ich die Große nicht mitgeben. Na meiner, wenn du das mag. Die Große. Wenn die da irgendwas drankommen, ich kann dir die Legräer geben. Aber Andy hat ja auch einen. Äh, die Legräer ist ja nicht sinnvoll. Ja, okay. Weil ich möchte einfach nur das Feuerwerk und Feuer, glaube ich, noch sagen, äh, das sind halt, das ist heute ein Ohne Ton Video. Ja. Und, äh, halt... Ah, und ohne Ton Video, okay. Äh, ohne Ton Video und dann werde ich halt coole Musik noch produzieren. Ja, schneit was Schönes zusammen, äh, sind wir mal gespannt. Am Sonntag habe ich dir leider nicht mitzukommen. Muss ich dann wieder in die Nachtschicht rein. Sonst würde ich mir die fahren. Aber naja. Dann wünsche ich euch viel Spaß noch. Gebt uns beide einen Daumen nach oben. Genau. Geht mal auf meinen Kanal. Promote. Geht mal bitte auf meinen Zweitkanal. So, wolltest du in die Ferien zocken? Ja, wenn es heute da wäre, habe ich mir sowas mal gedacht. Irgendwie mal Gamen. Er möchte nämlich auch... Schwer reinzubringen. Er möchte nämlich einen Zweitkanal dann machen und dann, glaube ich mal, und dann halt da auch Gaming machen. Ja, wenn viel Zeit wäre, genau. Wenn viel Zeit wäre. Aber im Moment sind wir jeden Tag am Film, jeden Tag am Schneiden. Also abends, wie jetzt. Jetzt wird es dunkel, dann schneiden wir wieder das Video oder was dann extra kommen. Und so geht das halt immer weiter im Moment. Im Moment bin ich auch müde. Ja. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss Marcel, macht gut, war schön mit dir. Time to say goodbye. Ja? Ciao. 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 Ciao.